Jetzt auch orackele ich mal das heutige Spiel Deutschland gegen Spanien. Das mache ich jetzt diesmal wieder in diesem Orakel, weil das nämlich auch ein spannenderes Spiel ist. Und jetzt lasse ich einfach mal die Zeit laufen, Deutschland gegen Spanien. Das Einzelheiten ergeht dann natürlich nicht so. Und jetzt lasse ich mal, ich gehe noch ein bisschen höher, damit man das da unten in der Red Zone jetzt sieht, um einfach die Spannung zu erhöhen. Ein Fünftel der Zeit rum, noch 0 zu 0. Oh, Deutschland 1 zu 0. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn Deutschland 1 zu 0 führen würde. Hoffen wir, dass es dann auch nicht so ein Tipp, weil ich tippe hier selber 2 zu 0 für Spanien, weil die Deutschen, wenn nicht so gut drauf sind, würde mein eigener Tipp 2 zu 0 sein, für die Spanier. Aber das ist noch nicht zu Ende, die Zeit, kann noch 1 zu 2 werden. Die Hälfte ist rum. 1 zu 1, da kommt auch direkt der Ausgleich. Noch läuft die Zeit eigentlich auch weiter. 2 zu 1. Oh, das scheint ein knappes Spiel zu werden. Deutschland im Moment 2 zu 1 in Führung. Dauert nicht mehr lange, noch etwa 20 Sekunden. Also da dauert es noch knapp 20 Sekunden. Hier hat er noch Zeit, noch Tore zu schießen. Man müsste ja ungefähr sagen, hier eine Sekunde, da oben ist eine Minute ungefähr in Realzeit. Und ändert sich noch was. Nein, er tippt 2 zu 1 für Deutschland. Hoffen wir, dass das so wird. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.